Der Aufbruch Als der Erhabene sich in Verborgenheit und Einsamkeit zurückgezogen hatte, erhob sich in seinem Geist dieser Gedanke. Erkannt habe ich diese Leere, die tiefe, schwer zu schauende, schwer zu verstehende, die friedvolle, herrliche, bloß um Nachdenken unerfassbare, feine, nur dem Weisen zugängliche. In Weltlust aber verweilt die Menschheit. In Weltlust ist sie heimisch, an Weltlust freut sie sich. So ist denn der Menschheit, der in Weltlust verweilenden, in Weltlust heimischen, an Weltlust sich freuenden, dies schwer erschaubar. Die Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen, die Entstehung eines jeglichen aus seiner Ursache. Und auch dies ist gar schwer erschaubar. Das Zur-Ruhe-Kommen aller Gestaltungen, das Fahren-Lassen aller irdischen Bestimmtheit, der Untergang des Durstes, das Freisein von Verlangen, das Aufhören, das Nirvana. Wenn ich die Lehre predigte und die anderen sie nicht verständen, das wäre für mich Ermüdung, das wäre für mich Qual. Wie der Erhabene also dachte, neigte sich sein Geist dazu, in Ruhe zu verharren und die Lehre nicht zu predigen. Da erkannte Brahma Sahampati in seinem Geist die Gedanken, die durch den Geist des Erhabenen gingen. Und er sprach zu sich, »Vergehen, ach, wird diese Welt, zugrunde gehen, ach, wird diese Welt, wenn des Vollendeten, des Heiligen, des Höchsten Buddha-Geists sich dazu neigt, in Ruhe zu verharren und die Lehre nicht zu predigen.« Und schnell, wie ein starker Mann den gekrümmten Arm ausstreckt oder den ausgestreckten Arm krümmt, so verschwand Brahma Sahampati aus der Brahma-Welt und trat vor dem Erhabenen in die Erscheinung. Und Brahma Sahampati entblößte die eine Schulter vom Obergewand, senkte sein rechtes Knie zur Erde, neigte die zusammengelegten Hände gegen den Erhabenen und sprach zum Erhabenen also, »Es möge, Herr, der Erhabene, die Lehre predigen. Es möge der Wohlwandelnde die Lehre predigen. Es sind Wesen, denen nur wenig Unreinheit anhaftet, aber wenn sie die Lehre nicht hören, gehen sie verloren. Die werden Erkenner der Lehre sein.« Da blickte der Erhabene, das Zureden Brahmas vernehmend und der Wesen sich erbarmend, mit seinem Buddha-Auge über die Welten hin. Und wie der Erhabene mit seinem Buddha-Auge über die Welten hinblickte, sah er Wesen, denen wenig Unreinheit und denen viel Unreinheit anhaftete, von scharfen Sinnen und von stumpfen Sinnen, von guter Art und von böser Art, leicht zu unterweisen und schwer zu unterweisen, manche, die für die Gefahren des Jenseits und der Sünde ein Auge hatten. Wie in einem Teich voll Wasserrosen, blauem Lotus, weißem Lotus, die einen Wasserrosen, blauen Lotusblumen, weißen Lotusblumen, im Wasser geboren, im Wasser erwachsen, aus dem Wasser nicht hervorragen und in der Tiefe blühen, andere bis zum Wasserspiegel reichen, wie der andere über das Wasser sich erheben, vom Wasser unbenetzt. Also sah der Erhabene mit seinem Buddha-Auge über die Welten hinblickend Wesen, denen wenig Unreinheit und denen viel Unreinheit anhaftet, von scharfen Sinnen und von stumpfen Sinnen, von guter Art und von böser Art, leicht zu unterweisen und schwer zu unterweisen, manche, die für die Gefahren des Jenseits und der Sünde ein Auge hatten. Als er solches sah, sprach er zu Brahma Sahampati den Spruch, »Der Ewigkeit tor, es sei jedem aufgetan, der Ohren hat. Mag sich denn Glaube regen? Vergebliche Mühe zu meiden, habe ich das edle Wort noch nicht der Welt verkündet.« Der Erhabene hat mir zugesagt, die Lehre zu predigen. Und er brachte dem Erhabenen ehrfurchtsvollen Gruß, umwandelte ihn rechts hingewandt und verschwand von selbiger Stätte. Von Schoen Untertitelung des ZDF für funk, 2017